Warte. Es ist ja nicht im Geraden, 1,42%. Es geht noch gar nicht los. Ja, ich weiß. Du kannst es doch mal ausmachen. Du kannst es löschen. Nö. Komm, löschen ihn jetzt. Nein. Komm, du nimmst ihn rein. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei mir zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr schon mal einen Titel gelesen. Dieses Video wird cool. Ja, und ich denke gerade so an den Video mit Chris. Oder mit Chris halt. Wo wir letztens am 28. Das Video gemacht haben. Beziehungsweise sehr hoch. Wo ich es hochgeladen habe. Verlinke ich mal oben rechts noch. Wo zu rechts, was auch immer wo jetzt rechts ist. Meistens wenn man den Spiegel kehrt. Aber warum sind wir denn heute hier? Ja, Leute. Eigentlich Chris ist wieder am Start. Er hilft heute mir wieder ein bisschen. Also ein bisschen dolle. Und was haben wir denn hier? Wir haben heute was krasses. Ja. Wir haben hier ein neues Unboxing. Mal wieder am Start. Wie ich in dem Handy Video, beziehungsweise wie wir in dem Handy Video gesagt haben. Gibt es heute nochmal ein Unboxing. Ja. Das ist ein neuer PC. Den habe ich mir gewünscht. Weil er cool ist. Und auf jeden Fall auch das gibt, was ich mir auch gewünscht habe. Ja und so halt. Ja und Chris wird jetzt mal ein bisschen rum gehen. So sieht das ganze Teil aus. Es ist auch viel größer als eigentlich mein normaler PC. Ich kann mal kurz einen Vergleich ziehen. Das ist der Unterschied, dass das Ding so groß oder so lang ist. Wie man da jetzt sehen kann. Also das ist auf jeden Fall schon ein kleiner Unterschied. Oder ein großer Unterschied. Und ja. Wir gucken uns das Teil halt mal an. Wir haben hier nämlich ein military Gehäuse, beziehungsweise ein military PC. Ja. Der vom Militär gemacht wurde. Nein Spaß. Bei vorne so gesagt noch Grabebinder mit am Start. Und natürlich auch noch hier ein D-Band. Bevor wir den öffnen, will ich noch kurz gesagt haben. Den PC habe ich eigentlich zu Weihnachten bekommen. Habe den davor aber schon ausprobiert. Aber das liegt einfach daran, weil es ein Einzelstück war. Einfach ein Einzelstück. Beziehungsweise das Ausstellerstück. Deswegen habe ich den einfach schon ausprobiert. Sonst hätte ich den nie aus den Karton geholt. Vor Weihnachten und so. Ja. Das wollte ich jetzt nur damit gesagt haben. Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal rein. Wir schrauben das ganze Ding auf. Und los geht's. Als erstes haben wir hier ein Netzteil. Das ist so gesagt für den Stromverbrauch. 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 Nein. Das gibt so gesagt den ganzen PC und den ganzen Strom. Weil das Teil muss natürlich auch funktionieren. Wir haben hier ein 450er Watt Netzteil. Als nächstes kommen wir mal zu den Festplatten. Die Festplatten sind hier drüben. Und wir haben hier so gesagt eine 2 TB Festplatte von Toshiba. Die ist hier oben. Und dann haben wir noch eine 340er SSD. Die ist von Team Group. Ganz easy mal hingeballert. Eine SSD ist so gesagt eine verschnellerte Festplatte. Und eine HDD ist eine ganz normale Festplatte. Da tut man halt seine Daten drauf tun. Und meistens auf einer SSD ist halt weniger. Dann kommen wir mal hier hoch. Da haben wir einen DVD Brenner. Ist natürlich auch ein bisschen hier mit den eingegrenzt. Ist halt einfach oder ist halt einfach ein bisschen für den Schutz geeignet. Was ein ganz normales ist von Asus. Hier an die grünen Teile da. Das sind so RAM-Riegel. Die RAM-Riegel ist der Arbeitsspeicher. Es gibt vier verschiedene. In diesem Sinne sind das jetzt zwei 16 GB RAM-Riegel. Also 32 GB. Die verteilen sich halt sehr sehr gut. Und deswegen sind zwei halt immer besser als zum Beispiel jetzt nur einer. Zum Beispiel die 32 GB ist halt jetzt zum Beispiel besser. Da kann man nämlich schneller Videos rendern. Oder man kann viele mehr Spiele oder beziehungsweise Programme jetzt auf dem Desktop aufhaben. Oder so. Ja, das funktioniert also mit dem RAM. Jetzt kommen wir zu dem Prozessor. Nämlich der Prozessor ist hinter dem Kühler. Den kann man jetzt nicht groß sehen. Aber von Christ seiner Seite ein bisschen sieht man ein bisschen was. Ich werde es vielleicht mal im Video erkennbar machen. Man sieht es aber jetzt hier ganz schlecht. Und ich will jetzt nicht nur irgendwas rumschrauben. Auf jeden Fall, wir haben hier einen Prozessor. Nämlich ein i7700K natürlich. K bedeutet so viel wie man kann. Nämlich den Prozessor auch im BIOS dann übertakten. Übertakten bedeutet man, man hat eine höhere Spielleistung. Bei mir ist es jetzt so, würde ich das machen. Also auf eigener Gefahr. Dann kann es sein, dass die Garantie weg geht. Und wenn die Garantie halt weg ist und ich kann nichts irgendwie machen. Keine Spiele mehr spielen. Habe ich natürlich die Arsch gerade gezogen, ja. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr so einen Prozessor habt. Macht es lieber nicht. Holt einen Profi oder auch macht es überhaupt nicht. Holt einfach so viel raus, wie ihr habt. Und wenn es nicht weiter geht, dann müsst ihr zum Beispiel in den Spielen jetzt nicht auf komplett Ultra spielen oder sowas. Nur eine kleine Empfehlung von mir. Ja, dann haben wir hier vorne einen ganz normalen Prozessor-Kühler. Ja. Ja. Luftkühler. Also ganz normaler CPU-Kühler halt. Ja. Luft über Luft halt. Es gibt natürlich auch Wasserkühlung, aber in diesem Fall wurde jetzt hier die Wasserkühlung nicht mit reingesetzt. Jetzt kommen wir auch zum Mainboard. Das ist das braune ganz hinten. Das Mainboard ist so gesagt das Hauptdrett, wenn man es jetzt in solche übersetzen würde. Das ist so gesagt mit dem Netzteil verbunden und die allen Komponenten wie zum Beispiel der DVD-Brenner, Festplatten oder jetzt zum Beispiel auch die Grafikkarte der Prozessor und so ist alles mit dem Mainboard verknüpft und so gesagt auch mit dem Netzteil. Und so wird halt der Strom dadurch übertragen und da bekommt halt alles Strom. Wie man jetzt ja sehen kann, hinten gibt es auch noch die ganzen Anschlüsse. Also das bringt auf jeden Fall das Mainboard auch noch mit. Wir haben hier hinten viermal USB. Also das tut sich natürlich ein bisschen gliedern. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was jetzt USB 3.0 oder sowas ist, 2.0. Wir haben hier auf jeden Fall vier USB-Stecker. Dann haben wir hier ein DVI. Das hier müsste ein bisschen älter sein. Da kann man nämlich auch noch ganz ganz alte Mäuse drauf machen, so gesagt. Und hier unten haben wir dann nochmal zwei, ist mir gerade aufgefallen. Und rechts daneben haben wir noch Ethernet. Also da kann man so gesagt von der Internetbox das Ganze anstecken. Hier unten haben wir auch noch drei Anschlüsse, nämlich Mikrofon, Lautsprecher und das andere habe ich noch nie benutzt. Sieht irgendwas mit Funk aus. So, meine Grafikkarte kann ich jetzt auch schon mal erzählen. Zweimal HDMI und zweimal DisplayPort. Unten haben wir noch eine WLAN-Karte, die kann man auch von innen gut sehen. So gesagt noch die WLAN-Karte, die ist hier einfach unten angebracht. Ich denke mal, man kann die hier sehen. Das ist einfach das blau-schwarze dort. Ja und das ist die WLAN-Karte nicht gerade groß, aber hat auf jeden Fall sehr sehr viel mit sich. Die WLAN-Karte hat 300 Mbit pro Sekunde und bringt damit auch zwei ATTEN mit. Die Christ gerade noch an der Hand hat. Genau dort. Ja und die werden wir nachher aber erst dran schrauben. Nämlich, wir kommen jetzt noch kurz zu dem Abschluss, nämlich zu der Grafikkarte. Diese Grafikkarte, wie man sehen kann, ist von ASUS. Wie man hier auch unten sehen kann, sie hat zwar nur einen Lüfter, ist aber dafür auch leistungsstark. Was ich dazu sagen will, ich habe die ja schon mal ausprobiert und so. Ich habe halt mit dem PC auch schon mal sehr sehr viel gearbeitet und so. Und im Großen und Ganzen wird diese Grafikkarte sehr sehr laut, weil sie halt eben nur einen Lüfter hat. Ja dadurch, wenn halt viel Grafik gebraucht wird, zum Beispiel in Spielen, wenn man da jetzt auf Ultra spielt. Das ist nämlich mit dieser Grafikkarte möglich. Wir haben nämlich eine GeForce GTX, also eine ASUS NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Ja, das ist mit einer der leistungsstärksten Grafikkarten der Welt bzw. die halt auf dem Markt ist. Natürlich ist es nicht die beste, aber die leistungsstärkste. Und die beste ist dann so gesagt die Titan XP oder die Titan 5. Ja, dazu kommen wir aber jetzt nicht zu den Grafikkarten. Wir hatten ja eine richtig coole 1080 Ti, mega nice. Sondern mit einem Lüfter, dadurch wird die lauter, aber so schlimm ist das nicht. Und das ganze wäre es erstmal mit dem Innenraum hier. Mir passt das auf jeden Fall, wir haben eine i7 7700K. Ja, dann haben wir noch 32GB, eine NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, 2TB, eine 240GB, SSD SSD, HDD. Dann haben wir noch ein 450er Radnetzteil und ein DVD-Brenner dazu noch eine WLAN-Karte. Also Premium, kann es nicht mehr sein. Das ist jetzt auf jeden Fall das ganze, was wir erstmal hier drin haben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Der Preis von dem Ding war auch sehr gering, zumindest für diesen PC, weil er sehr super ist. Der PC hat, wie wir im Titel lesen können, 2000 Euro gekostet. Für diesen Preis ist das Teil wirklich sehr, sehr leistungsstark, dass wir 32GB RAM und so haben. Es steht auch nochmal hier hinten alles. Das ist hier, wie man sehen kann, ein, warte ich muss kurz hier scharf stellen. Wir haben ja so gesagt, ein Hurricane Military Gaming 5921. Wir haben einen D7, 7700K, 23GB, 240GB SSD, 2TB und die 1080 natürlich am Start. Ja, mega krass. Für den Preis kann man das sich auf jeden Fall gönnen. Und ich habe also auch sehr, sehr viel recherchiert, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Hier oben haben wir nochmal zwei Lüfter, die leuchten am Rot. Ihr werdet auf jeden Fall nachher alles sehen. Ich zeige die ganzen PC-Komponenten und so und das Licht wird langsam schwächer. Pixellicher wird hier auf jeden Fall auch alles. Ja, und wir sind auf jeden Fall... Lassen wir es nämlich noch machen. Nämlich, ich stehe jetzt einfach mal auf. Das war es natürlich nicht mit dem ganzen PC. Wie man hier sehen kann, hier liegt alles noch rum. Da ist eine Box von meiner Anlage, die ich natürlich auch wegkommen soll. Ja, unter anderem ist auch mein alter PC noch hier drin, der nicht mehr benutzt wird. Und wir sind auf jeden Fall hier am Start und das Ganze soll natürlich umgeräumt werden. Weil ich habe jetzt einen alten PC benutzt und so. Würde ich jetzt den neuen PC die ganze Zeit dort austesten oder dort spielen und was auch immer. Dann würde es irgendwie lange nicht gut gehen oder hätte ich eigentlich einfach kein anderes Gefühl. Deswegen werden wir heute bei meinem Setup bzw. meinen Platz ein bisschen sauber machen. Wir haben hier geplant heute, dass wir das Ganze umräumen, ja. Ich habe mir so gedacht, wir tun das Ganze um 90 Grad drehen. Also den Schreibtisch, also das Gegenurzeiger sind 90 Grad. Das Ganze wird ein bisschen besser. Nämlich hier sind dann meine Ablagen noch drin und so. Und die würde ich dann auch schon mal mit benutzen. Also es ist nicht nur effektiv für meinen PC. Sondern auch effektiv für mich. Weil ich dann natürlich meine Ablagen benutzen kann und so. Und sonst stehen die Erdung. Anlage benutze ich auch nicht mehr. Die können wir dann auch hinten in den Schrank rein tun. Aber wir kommen jetzt erstmal nicht so viel. Also ich würde mal sagen, wir räumen alles ab. Das Ganze verläuft jetzt in der Time. Mal mit euch. Ich würde euch das Ding mal an Kino mal an. Ich würde euch mal ausprobieren. Und dann einfach mal in den Schrank. Ich würde euch mal schauen, wie geht es weiter. Und dann ist das Ganze ein bisschen besser. Was ich gar nicht mehr Einen? Drei mal in der Zeit. Wir haben jetzt gerade ein bisschen geplant, ich habe aus Versehen, dass das Faltest gedrückt Wir haben jetzt hier die LED Lichter und die haben wir geplant, dass wir von hier hin anfangen und bis dahin durchziehen Vielleicht machen wir das noch bis hier hin, aber vielleicht auch nicht, das kommt auch an, wie es halt so wird Wir haben jetzt hier das LED Licht und ich würde mal sagen, wir machen das jetzt zusammen dran Also Leute, wir haben jetzt hier die Lichterkette dran gemacht, die Tobias vor uns erwähnt hat Und die sieht richtig geil aus, man kann jetzt mit der auch viele Farben einstellen, wie zum Beispiel Rot Ich muss die Hände halten, hier hinten ist das gelegentlich Wie zum Beispiel jetzt Rot oder zum Beispiel Grün oder Blau oder Grün oder so Jetzt kann man das so dämpfen, wird jetzt dunkler und gezieler Das sieht so geil aus Das sieht richtig geil aus Und, ähm, ich weiß nicht, was wir jetzt Achso, normal? Haben wir auch irgendwie jetzt Ja, jetzt war ich auch Flach, machen wir Flach? Ja, es hat natürlich ein bisschen Augencrebs Wir machen Flach Flach Das ist gut Das ist gut, wir werden im Disco am Start, Alter Alle, die vorbeikommen wollen, machen das Wir haben ja die Lichterkette hinten einfach angeklebt, das geht ja ganz einfach Und dann machen wir das wieder aus Sonst, dann ist es halt nicht Ja, das macht einfach nur W W-W-W, genau, W-W-W W-W-W W-W-W, ne, Spaß So, und wir haben jetzt so gesagt, das hier angebindet, angebindet, alles Wenn man dann halt so gesetzt, ähm, ja Hier ist es übrigens auch Wir haben das einfach durchgemacht, man kann das natürlich auch noch bei den Dingern hier abschalten Hier bei den Dingern da, genau Warte mal, kann ich das zuhalten? Ja Kann man auch ausmachen? Ne, ne, mach mal nicht aus, mach mal nicht aus Ja, genau, man sieht Ähm, hier bei den Dingern Dann ist es so, ähm, da kann man das mal abschneiden Also da kann man das so gesagt abschneiden Und es gibt so gesagt auf jeder Seite So ein Teil, also warte, ich muss es mal zuhören hier So ein Teil, wo man das, ähm, damit verbinden kann Also, womit das halt verbunden ist Und das ist halt gut, weil man kann das einfach abschneiden Zum Beispiel könnte ich jetzt das Teil, oder hier kann ich jetzt zum Beispiel abschneiden Also da ist natürlich auch, äh, das ist natürlich auch gezeigt Hier jetzt zum Beispiel wieder Das könnte ich abschneiden und irgendwo dran kleben, äh, irgendwo anders dran kleben Also bräuchte ich aber auch, ähm, das Teil hier hinten Was dann so gesagt, dass der Kern oder das Herz davon ist Nämlich hier muss man auch die Fernbedienung hinhalten Das ist so gesagt der Kern, wo die ganzen Lichter entstehen, ja Jetzt kriegt es mal, ja genau, rot Und ich denke mal, ihr kennt das einfach, das ist halt einfach so Und es sieht einfach mega krass aus Und dazu, weil mein PC oben rote Lifter hat, ja Ähm, würde das dazu auch nochmal extra Richtigkeit aussehen Dabei kriegt man aber auch einen Krebs bei rot Deswegen, mach mal Flash Dann kriegen wir noch mal einen Augenkrebs Ja, das ist erstmal das Ganze Wie das hier verläuft, auf lauter Haufen ist Wir werden jetzt erstmal wieder das Ganze alles hinstellen, ja Das würde ja schon dauern, ähm, äh, das wird jetzt erstmal erstmal wieder dauern Ja, also wir können das erstmal hier hinstellen Und wir müssen mal gucken, vielleicht tun wir noch ein bisschen näher dran Ja Das tun wir noch ankleben hier Das kann man nämlich einfach ankleben Das muss man abziehen und so, ja Ja, klar Ja, 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 ja Ja, das funktioniert das Ganze Ja Wir machen das und dann sehen wir uns in der Teilmeldung wieder So sieht das auf jeden Fall aus, also du willst jetzt bitte nicht das hier bewundern, das wird auf jeden Fall abgefixt Ja, und, ähm, Junge Was denn? Keine Werbung Ach so Scheiße, so Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier nochmal alles hingeballert Wie man hier sehen kann hier hinten, ähm, Kabel ist auf jeden Fall am Start Ja, vorne auf jeden Fall, ähm, ähm, hier ganz viel, also da ist auf jeden Fall eine Musikbox, hier der Bildschirm, Maus Also wie es halt davor war, hier ist auch ein Controller, ähm, und, ja, hier vorne ist Mikrofon, Lautsprecher und hier nochmal ein Putztücher Ja, und, das zu tun Jetzt zeig ich mal kurz Hier ist der Chris, du musst auch nur mit sagen Nö Das ganze Kabelgezeug Kabelgezeug Alles klar Und wir haben ja hier, ähm, Grabelbinder, ne Und wir werden jetzt mal versuchen, alles was mit USB zusammenhängt und so Oder alles was, also das sind auf jeden Fall 200 Stück, Alter, das reicht auf jeden Fall, ähm, und, was? 200 Stück Das reicht Die Fidget Spinner kommen nicht dazu Ähm, jetzt, auf jeden Fall, die ganzen Kabel, also ich tue nicht, das habe ich noch nicht mehr Die ganzen Kabel hier miteinander, mit so einem Kabelbinder, zusammen gemacht Und, ähm, dann mit Worten, kommen wir, sind die Kabel jetzt geordneter Ich musste aber halt nochmal drüber gucken, weil es noch nicht alles so geordnet ist, dass mir zu keinem Kabel, ähm, Hitz kommt Oder was ist das wieder, ähm, Hitz kommt Ach so, ja, das müssen wir mit Schwarz verbinden Ja, das müssen wir mit Schwarz verbinden, zum Beispiel hier, ja Wir haben das auf jeden Fall so gemacht, wir hatten ja hier ein paar Farben, die sind jetzt dort Ja, und, ähm, damit hat sogar Christus geordnet, da war er halt hier hinten und so, da wollten wir halt nicht wechseln Und da hat es einfach Christus gemacht, sehr, sehr hatte, äh, also auf jeden Fall hat es sehr gut hingekommen Ähm, finde ich gut, vielen Dank Ja, immer schön, das ist ja immer schön Ja, wir haben das halt, wir haben halt so eine kleine Technik rausgefunden, hier zum Beispiel hinten Ähm, wir haben das einfach zusammen gemacht, das ist jetzt zum Beispiel rot-grün Und rot-grün ist jetzt zum Beispiel, ähm, der Lautsprecher Der Lautsprecher und der... Ne, Lautsprecher ist rot, genau, rot und was? Mikrofon Ähm, Mikrofon ist grün, ja Genau, genau, gut Ja, wir haben nämlich jetzt von Tobias das ganze Equipment auch schon angeschlossen gehabt Ja, wir haben das jetzt angeschlossen am PC Und, ähm, ja, das ist, warte mal, die ist noch hier mit dem ganzen WLAN-Scheiß Äh, äh, ja, das ist fast schön Ja, auf jeden Fall, es ist jetzt auch alles angeschlossen, also könnt ihr jetzt zurückzocken, aber... Ja, auf jeden Fall werden wir dann, ähm, vielleicht werden wir das dann nur noch ausprobieren Und es kommt dann auch noch mit dem Video Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal noch, ähm, den Türchen bitte weiter hinterverdingen Wir haben ja gerade noch Zettel gegessen und so Und wir haben jetzt wegen, weil wir jetzt alles umgestellt haben, haben wir jetzt sehr wenig, äh, müssen wir jetzt alles wieder anders machen Ja, ich kann mal kurz jetzt durchgehen Weil es nicht sonst nicht passen würde Also so sieht das Hier so sieht es aus Und, ähm, hier haben wir gerade Pizza gegessen, ja Und, ähm, ähm... Ja, das ist halt ein bisschen, ähm, unordentlich, weil ihr wisst ja, dass es so für hier, so, hier, ähm, hier lang lag, ne? Da ist das Problem halt, hier das Regal, das stört eben Und es ist aber oben festgeschraubt Also, ähm, es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil von dem Video geben Ich muss mal gucken, wie ich das schneide Auf jeden Fall, Chris kommt morgen da nochmal Also dieses Video geht zwei Tage da Ja, oder länger Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen Ähm, ja, und, ähm, ja, wollten wir halt das abschrauben, weil das nervt irgendwie Die Bücher kommen dann irgendwo anders hin Dass wir das wenigstens weg haben Da kann ich mich das Sofa hier hin tun Wird zwar hier nochmal ein bisschen enger Ja, und, ähm, auf jeden Fall, das, was ihr alles heute gesehen habt, war kein Placement Also, ihr habt da nicht, ihr kriegt da nicht irgendwie Geld oder so Das hab ich mir auch alles selber gekauft Also nicht, wenn ihr irgendwas gesehen habt, dass das irgendwie gleich Werbung oder so ist Ja, ich hab das mir alles selber gekauft Das ist natürlich jetzt mal ein bisschen besser hinter Und wir haben jetzt gerade mal den PC angeschmissen Das kommt natürlich erst im nächsten Video hier Hier kann ich mich noch einloggen Aber, so sieht das Ganze aus Wir haben jetzt mal kurz als Lichterkette rot eingestellt Weil das irgendwie immer für den Lüfter nicht richtig gut geht Warte mal kurz, kann ich mal hier kurz, ähm Ich will mich kurz mal ausstellen Also, so sieht das Ganze ohne Licht aus Und so halt mit Ja, und, an sich, im großen Ganzen, zeigen wir dann im nächsten Vlog, wie das Ganze noch aussieht Also, es hat jetzt nicht so eine große Beleuchtung Ja, und hier kann man sich jetzt so gesagt einloggen Aber, das mach ich mal jetzt nicht Wir sehen uns dann einfach im nächsten Video, was auch immer Muss mal gucken, wie ich das halt schneide und so Ja, und, lasst auf jeden Fall ein Like dir dafür Also, dann kommt auf jeden Fall ein zweiter Part Vielleicht am Tag, vielleicht am nächsten Tag Wir sehen uns Und, tschau Tschau